moin moin leute ich bin jetzt mal wieder euer Ruf moin moin leute heute machen wir ein Einkauf Video moin moin leute moin moin leute zum neuen Video von mir für euch mein Einkauf, wie ich heute gekauft habe, zeige ich euch ich habe hier so ein hinter Süß-Sauer, mir heute warm gemacht was hab ich mir geholt, mit so Reis drin moin moin leute ich brauche mal eine leckere Pizza hier von Aldi noch mal ein bisschen was reinladen in die Kamera ich stecke die Pizza so das ist eigentlich ein Schnickers-Eis mit den Nudern heiß im zweiten Teil des Kanberger Tiergehege was ihr euch vorstellen möchtet das sind die Tiere die hier drin sind diese Muskeln das Dammwild uns trennt kein Zaun laufen die frei herum, mal gucken ob wir heute welche sehen das wäre jetzt noch eine ich bin ganz sicher nur vorbeilaufen das wäre der Hammer naja hier gibt es Wildschweine ich weiß nicht ob man es hier lesen kann noch einmal der Schatten der Bäume will nerven ein bisschen das erste Wildschweine das erste Wildschweine vor der Linse na ihr Ziegen die Die ersten Rehe. Das erste Damm wird. Und ein kleines Süßes, was hinter den Blättern langläuft. Ich möchte euch jetzt gerne etwas zeigen. So sah ich ungefähr 28 aus. Dieses halb Foto, welches ich euch mal zeigen kann, habe ich beim letzten Mal im Aufräumen gefunden. Das Video nehme ich ein paar Tage im Voraus auf. Und dann werde ich euch mal zeigen, wie ich mit 28 aussah. Ich habe mir einen Ryzen 7 geholt. Aber den hier oben. Mal gucken, ob ihr das hier sehen könnt. Das ist der 8 Kerner. Mit 16 Fretz. Fretz, so wie es ausgesprochen wird. AMD. Ryzen. 7. 7. 2700X. Den ganz neuen. Für meinen alten... Wer doch ein anderes Board nehmen kann, als das hier. Kein... Keins von den neuen... X770. Ich wollte euch... Frohe Ostern wünschen. Herzliches Danke für über 1000 Abonnenten. Also... Fast 1100. Für nur 8 Stück habe ich 1100. Hammer. Ja. Also... Krattenchips. Mit Krattengeschmack. 99 Cent sind... 50 Gramm drinne. Da oben ist so ein Kind abgebildet. Hier oben. Was heißt, sind das Kinderkekse? Ich weiß es nicht. Da ist es so ein Sätank. So Reiskekse mit Sätank. Für 2 Euro zum Test. Was Neues? Wenn ihr wisst, was es hier ist. Das ist eine Pac-Man-Nappe. Das ist eine schöne, schöne Pac-Man-Nappe. Wir haben... Was besorgt? Nämlich... Steckdosen. Über Steckdosen. Damit ich nie wieder was... umstüpfeln muss. Ich hoffe, die reichen aus. Wenn wir die nicht verrechnet haben. Ich hab mir... Ab heute. Das Neue. Komm heute raus. Am 5. Ich will wieder hochladen. Gleich. Bearbeiten. Ich ruft euch. Das Neue. Für die Nintendo Switch. Gekauft. Super Mario Party. Das Neue. Das Neue. Dann hab ich hier so eine... ... gorkenlimatte Minze. Alter, ich hab doch gar nicht weitergemacht. Funktioniert jetzt. Funktioniert. Immer wenn ich drücke, geht hier auf einmal, ich wollte es einstellen, dann geht es immer zum nächsten drüber, weil hier ist auch nichts, weil hier ist auch nichts, wo ich was drücken muss. Und eine andere gab es auch nicht. Die kann nicht über den Makaton, die kann einfach nur so einen scheiß gepolsteten Umschlag. Nein, gepolsteten Umschlag, wer kann da nicht? Ein Adventskalender. Das ist keine Werbung. Der ist von Ikea. Und wenn man ausspricht, H-A-C-H-E-S, äh ne, guck mal, H-A-C-H-E-Z. So. Oder Tür. Neunzehn. Ich glaube, ich schiene. Vielen Dank.